Hallo, ich bin die Lili und ich bin vorher in die Mittelschule Bischofsdorf gegangen. Also ich bin die Sarah und ich bin vorher in die Mittelschule Storleck gegangen. Ich bin die Vicky und ich bin vorher in die Mittelschule Gelskland. Am Freitag, den 18. November von 12 bis 16 Uhr findet unser Tagdorf in die Tür statt. Ein besonderes Highlight wird auch das Mixen eines Cocktails sein, den ihr natürlich auch verkosten dürft. In unserer Schulküche servieren wir euch Burger und für die Naschkatzen unter euch gibt es natürlich auch Kaffee und Kuchen. Im Rahmen unseres Schwerpunktes Lebensmittelmanagement führen wir auch Versuche der Lebensmittelchemie durch. Und die Junior Company Sweet Oxy präsentiert ihre Oxy-Müllprodukte am Tag der offenen Tür. Jetzt wollen wir den Termin bemerken. Wir freuen uns auf euer Kommen. In unserer HLW-Hardware. Create Place for Learning. Kommen. MACH kills Du premiest Design. Kommen. Snyder Papier. Toll 귀. näß. T. 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 Läusehe delegaten sind mit着янdaeters für automatisch herauszufinden. Sonych bid снова von und ver bottleernговbecendo seilicherweise oder far princeожалort und H Deus will alsoPlease die Sägeheil in den Oooohschule Gretchenं美味er sein. Amen. Buzig. Oh, der Herr Hatte.